Du schmeißt die mal um, wenn ich dir ein Zeichen gebe. Du schmeißt die mal um, wenn ich dir ein Zeichen gebe. Und wir brauchen sie. Wir brauchen das Publikum. Der Ochsenkopf ist nicht sicher. Das heißt, die Finanzierung, die es gegeben hat, das hat mit den Münchner Finanzen am wenigsten zu tun. Die Finanzierung auch, aber am wenigsten. Die Finanzierung für interkulturelle Kommunikation ist out. Punkt. In Deutschland. Ich finde das nicht gut, aber so ist es. Und wir brauchen also eine neue Idee. Und die haben wir auch. Deshalb gibt es jetzt das Streaming. Es wird also ein bisschen digital werden. Und wir haben noch ein paar andere Ideen. Aber wir brauchen sie als Konzerthörer. Kommen Sie am 15. Oktober nicht alle wieder. Das wird, glaube ich, zu viel. Aber zum Teil. Zum Teil. Und bringen Sie andere Leute mit. Und dann geht das Leben irgendwie weiter. Erstmal kommt die Bundestagswahl. Schümmel. Applaus Also ist zusammen. Untertitelung des ZDF, 2020